Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. So, genau. Hier und Lager und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, wie machen wir das denn hier am besten? Ich glaube, wir reden erst mit allen und je nachdem, wie viel Zeit dann vergeht es dadurch oder wie viel Zeit dann Ruhe. Ah. Mit dir irgendwie an? Können wir nicht. So. Jetzt mal ein Bier gönnen. Ja, ich glaube, wir schauen uns mal nur jetzt eine Runde im Lager um. Hat doch einiges zu tun hier. Gut, könnte noch eine Runde, ähm, Beitrag leisten. Na gut, so unglaublich viel Geld haben wir eigentlich. Na guck mal, da gibt es gleich was zu essen. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich. So, da brauche ich natürlich noch Munition eigentlich, ne? Wohl nicht so. Ja, aber ich glaube, so wirklich Gesprächs in dem Moment noch nicht. Da hinten können wir genau, da wäre... Da hinten können wir genau, da wäre... Immer was zu essen. Kann ja auch nicht schaden. Ich glaube, hier war das mit dem... ...Graf, genau. ...Graf, genau. Okay. Leider nicht so wirklich zu lesen. Ja, ich denke, das sollte mal hier genug Erkundung gewesen sein. Gefühlt kann ich auch gerade nicht viel mehr machen. Ah, hier ist noch Fotokon. Äh, Grafin. Sehr schön. Ah, hier können wir es zumindest mal lesen. ...Mosea und Bessie Matthews. Sehr schön. Ja, nicht noch was. Da war, glaube ich, ein Brief oder so. So, von Fahrt an, Lenny. Bist du ein anderer Brief? Tatsächlich. Eherhaften Entlassung. Naja. Seit ist diesmal nix. So, dann jetzt aber mal Pferdchen. Gehen wir mal rüber zu Ankel. Wo immer der ist. Ah. Oh, oh, oh. Wichtig nicht, dass du dich aufhörst da bist, Uncle. Ich dachte. Ja, das ist gut. Oh, insofern. Also, während der Rest von uns beschäftigt sind, zuhören, 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 zu kämpfen, um zu überleben zu versuchen, du denkst dir das ganze Zeit. Es ist ein wunderschönes Welt, Arthur Morgan. Du willst in die Stadt gehen? Mal sehen, ob wir nichts finden können? Ja, ich habe ein paar Schritte zu gehen. Great. Mal schauen, dass die Horsen bereit sind. Wenn du den alten Mann in die Stadt gehst, kannst du uns auch? Was hast du planned? Nothin'. We'll find something before y'all two do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for two weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin'. You're worried about house chores. Let's go! Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're gonna see Civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of Civilization. You ladies are gonna love it. Okay, then. Let's go. All right. After the trees here, then take a left. Okay, dann werden wir mal los. Come on. Gas. Gas. So. Sehr gut. Ist ja auch ein bisschen versteckt sein hier alles. Frau, das ist eine Song. Oh, was? I got a girl in Berryville Can't be screwed because it's so damn hell So I don't go down there no more Since the Blue Whore lands outside her door I got a girl in Valentine Likes to drink that fancy wine Blue in her half was two feet tall Crack in her best, pay for it all Oh nein Okay, dann schauen wir mal I thought you wanted to head into town Yes, but this won't take long Look at the poor fella Bumbeko, really? So, dann gucken wir mal Also wir müssen halt relativ langsam hin Dass es nicht zu sehr aufregt, das Viech There, you're still in the back It looks pretty fruit Easy there Say uncle, that is a gentleman So, das hat doch gut funktioniert So ein braves Pferd Ich hoffe mal, der gute Mann freut sich jetzt auch So, guck mal, was wir hier schönes gefangen haben Gut, dann reiten wir weiter Hops You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur What's that supposed to mean? That means you got a heart A small one perhaps hidden deep inside, but a real one Ich muss mir echt die Steuerung nochmal anschauen Ähm, ja, läuft wunderbar gerade Äh, bitte abgefahren, aber neu starten Zu lange nicht mehr gespielt Wie bremsen wir das Viech denn? Ich hab mit B mich nicht alles täuscht So, na gut, das ist da Kennen wir schon, deswegen schneide ich's kurz raus So, versuchen wir das Ganze nochmal Vielleicht etwas langsamer jetzt Irgendwie reitet der Bad auch schon relativ schnell Ja, oder ist das uncle? Oh, sehr lustig Das sieht aus wie eine sehr gute Stadt Mit anderen Menschen Akhirn, endlich Schau mal all das Schnee auf den Bühnen Ich sicher nicht mehr zurück da Du glaubst, dass wir uns gefragt haben, Molly zu kommen Oh, nein Frau O'Shea ist jetzt nicht zu hoch und zu für die Leute von uns Oder für eine reale Arbeit Sie ist eine Society-Lady Okay, take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Go left here, down the main street. The air is always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Oh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stable. I thought I'd seen everything. You got a problem with me? All right. Here we are, just like I said. A cultural center of civilization. Man at its finest. Okay, what are we doing? Well, we're going to do what any self-respective maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the salute. Okay, just stay out of trouble, and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris and Valor... So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not going to ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. So, what do you need? Hell, I'll drop a whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know if you have any questions, fellas. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Dusen-Locks. Aber wir haben ja noch ein bisschen was an Geld da, aber trotzdem. Whiskey natürlich. Ist zwar nur ein Bourbon, aber... Notteufel-Fliegen und so. Kennt man ja. So, ihr habt eigentlich für eine Woche gekauft? Seht ihr nicht gut? Siehst du das? Die jungen Leute haben keinen Respekt für ihre Älteren mehr mehr. Was denkst du? Ein Lamm oder ein Sausage? Well, das hier ist eine Schieftstadt. Der Lamm ist das beste in der Stadt. Jetzt weiß ich, was der Schmuck ist. Das ist ein reißer Cheese, okay. So, wir können auch hier irgendwie in den Katalog mal reinschauen. Und das dann direkt aus dem Katalog raussuchen, wenn wir noch irgendwas brauchen. So, könnten wir hier komplette... Ja. Klamotten uns noch raussuchen. Mach ich dann, wenn wir eigentlich mal Geld haben. Aber es gibt ja schon ein paar ganz, ganz nette Sachen hier. So, Staubmantel. G-Rock. Wie gesagt, man sieht es noch nicht so... ...gut aus, was unsere... ...was unsere finanziellen Mittel angeht. Hm, nochmal immer zurück. Aber wir haben halt dann auch noch eine ganze Menge Pferdepflegekleidung. Jagd und Angelzubeer. Waffen müssen wir, glaube ich, separat kaufen. Ansonsten... Ja. Machen wir, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, für das Erste haben wir erstmal genug. Oh, hier ist es zu Ihrer guten Gesundheit, Herr. Und zu sein, hier, auf dieser Mountain. Absolut. Es ist ein lustig, Mensch. In dieser Zeit in meine Karriere, ich habe mir gedacht, dass ich mich verletzt mit einer Heiress. Gentlemen, ich denke, ich habe etwas gut. 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 Ich habe in dieser fancy Haus, acted wie eine Servant-Gurl. Usually works. Someone war sagen, dass sie ihre Sisterin' eine Reise von New York oder woanders. A train full of rich tourists, heading to San Dene, and then cruisin' off to Brazil. Okay. A train laden mit baggage, und passin' through a bit of deserted country at night, as to get to the docks in time for the tides. In some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Yeah, schnappen wir's die Typen mal. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me. Get off of me. I've been looking to... Get your hands off me, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Marybeth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Got him? Uncle! Look after her. I'll go see about Karen in the hotel. Waiting on the rain. So, schauen wir mal. Geht mal kurz weg. Ja. Hier hab ich nämlich ein Zeitlimit. Gleich. Na, wo ist sie? So, da war sie drin. Hey! What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just... men. But... stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know. Small town banks are usually a waste of time, but... this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Everything's okay up there? Keep investigating. I will. Na klar. After you. Dankeschön. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but... when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched Tim a lot harder. Yeah. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come, get it. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Ja. Mal schauen. God, have mercy! Levo! That's my hole! Just borrowing it. You stay away from me! Get back here, right now! So. Pferde-Kompedium. Sehr schön. Das war's dann wohl erst mal, ne? Ja. Please! I can't get up! Why are you telling lies about me? No, no! I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes. Me too. Now, please pull me up. Please. Just pull me up. Come on! So, nein, komm. Wir sind mal nett. All right. Come on. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us, if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh... Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. Yeah. But I'm not a good man. Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. Not, not one lick. Not one sense. In this here old mind. Come on. Come on. You have a nice day now, sir. Alles klar. Da haben wir die Mission schon abgeschlossen. Ich bring mal tatsächlich das Pferd noch gerade zurück. Wenn wir schon mal dabei sind. Ein bisschen Möhren aufsammeln. Ich wollte eigentlich aufsteigen. Und dann können wir auch die Folge ja endgültig mal wenden. Könntest du noch ein bisschen füttern vorher. Ja. So. Die Schweine beschweren sich schon. Bin ich überhaupt in der richtigen Richtung? Ich glaube ja schon. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Wie gesagt. Ich brauche gerade wieder ein bisschen, um wieder reinzukommen in das Spiel. Deswegen verzeiht die, äh, Fehlschläge hier und, und, Tastatur, beziehungsweise Controller, verpeilt halt. So. Ach nee, da war das. So. Moment. Falsche Ecke fürs Pferd. Da haben wir, glaube ich, gewartet, ne? Äh, ich? So. Ja, ich denke, das sollte passen. Oder? Keine Ahnung. Okay, aber ja. Jetzt wird es endlich mal Zeit, die Folge zu wenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.